Gabi, Panda-Pfötchen, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Hallo Kuri, brauchst du unsere Hilfe? Ja, der Countdown für Silvester läuft und ich muss noch Konfetti-Plätzchen für die Party heute Abend backen. Konfetti? Konfetti kann man doch nicht essen. Das meine ich nicht. Ich back Plätzchen mit versteckten Konfetti-Streußeln, also eine Konfetti-Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Wir helfen dir beim Plätzchenbacken, Kuri. Ja, lasst uns mit Kuri backen. Als erstes rollen wir den Plätzchenteig aus. Wir brauchen drei Schichten Plätzchen. Dazu müssen wir sie in gleichmäßigen Kreisen ausstechen. Ja, Plätzchen ausstechen. Du kannst sie ausstechen, Panda-Pfötchen. Juchu. Bevor wir die Plätzchen backen, nehmen wir unseren kleineren Kreisausstecher und stechen in der Mitte des größeren Kreises ein Loch aus. Wie ein Krapfen. Ja. Jetzt backen wir die Plätzchen. Sobald sie gebacken und abgekühlt sind, können wir unsere Konfetti-Neues-Plätzchen zusammensetzen. Wir nehmen ein normales Plätzchen als Boden und legen dann eines der Plätzchen darauf, die wie ein Krapfen aussehen. Wir kleben sie mit weißem Zuckerguss zusammen und geben dann Streusel in die Mitte. Die Streusel sind mein Lieblingsteil. Meiner auch. Gib etwas Streusel in das Loch in der Mitte und verschließe die Streusel dann mit einem dritten Plätzchen. Und jetzt können wir die Oberseite dekorieren. Ich nehme nur weißen Zuckerguss, damit ich sie dann nach dem Trocknen mit buntem Zuckerguss verzieren kann. Du kannst den Zuckerguss mit allem bemalen, was du willst. Ich verziere mein Plätzchen so, dass es wie ein Artenhut aussieht. Guck mal. Ich liebe Feuerwerk zu Silvester. Mein Plätzchen soll wie ein Feuerwerk aussehen. Miautastisch. Auf meins mache ich Luftschlangen und Konfetti. Schnurrtastisch. Juhu. Oh, die sehen so lecker aus. Und so macht man Konfetti-Plätzchen. Ich kann es kaum erwarten, die Plätzchen während des Countdowns aufzubrechen. Machen wir noch ein paar für alle unsere Freunde. Tolle Idee. Alle bekommen eine Überraschung. Silvester mag ich am allerliegsten. Zeit zum Feiern. Es ist Zeit für den Countdown. Hat jeder sein Konfetti-Plätzchen? Ich hab mein Tier. Lecker. Ja. Yay. Junge, Junge. Lecker. Wärchenhaft. Mach mit beim Countdown zum neuen Jahr. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wo ist unser Neues-Doll-Haus? Streitzplätzchen-Konfetti-Party. Ich mach den Soundtrack zu dieser Neues-Überraschung. Dreamworks Gabby's Dollhouse.